Einen großen Ekel gegen Spinnen hegt. Ach, das ist doch die beste Therapie. Ich glaube, dadurch wird er meinen Hass gegen Spinnen weiter angeschürt. Und gegen Würmer. Das ist richtig, das, was du bräuchtest. Na, komm. Komm, 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 komm. Da haut man die gerade weg. Und dann kommen schon wieder die nächsten. Die nächsten Ahrling, Viecher hier. So, aber jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Hohohohoii. Das war schwer. Dein Vater wäre stolz. Mein Vater würde mich nur auf meine schweizenden Kampfstarten. Ich weiß, aber es fühlte sich wie das richtige, was zu sagen. Geistergestalt! Ihr verschwindet zum Teil in der Tinte. Schließt mit gangeweite Geschwindigkeit nach vorne. Ja, okay, okay. So. Alter. Ernsthaft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay. Wir haben jetzt die Geistergestalt gelernt. Das ist ja auch mal cool, dass man halt dadurch auch noch ein paar Tricks erfährt, erlernt. Ihr verschwindet zum Teil in der Tinte und schießt mit gewaltiger Geschwindigkeit kurz nach vorne. Alle durchdruckenden Feinde allein durch den Schock schaden. Bewegt euch blitzschnell zum Mauszeiger. Indern ist okay, okay, okay. Machen wir es mal kurz. Wow. Also das wäre das dann. Also es ist auch sehr atemberaubend aus. Aber ich glaube, ohne unsere, ohne unsere, ich warte mal ab, Junge, äh, Aura, dann wären wir am Arsch gewesen. Also dann wäre ich durch meinen Kampfstil voll am Arsch gewesen. Äh, ja, deswegen, ich glaube, wir bleiben doch erst nochmal dabei. Bei dem hier. Und müssen da mal schauen. Vielleicht, vielleicht machen wir es dann doch so, dass wir mal... Das ist der Exit. Was ist das denn? A Ropeway Conveyor that transports Minerals to Borgova. We don't have to walk after all. Happy now. You can ride a minecart after all. Explosiver Schuss. Ja. Das ist doch auch schon sehr interessant. Explosiver Schuss. Aber der macht 17 bis 27 physischer Schaden. Okay. Okay, müssen wir mal gucken. Das Ding braucht dann... Ach so. Okay. Armteil abschließen. Möchtest du fortfahren? Ja. Keine. Okay. Okay. Ich glaube, wir haben das erste Kapitel geschafft. Gräueletaten. 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 Also wir haben die Förderstation. in der ancienten Maze below der Stadt. Wir sollten in den undergrounden Tunnel gehen. Okay. Okay. You won't take me alive. Vive la resistance. Surrender disobedient citizen. Take us to your leader. Äh... Ja. Da kommen wir ja genau richtig und genau... Ja. Richtig zum falschen Moment. Genau richtig zum falschen Moment. Wie kennst du mich? Ich erkenne einen Hörer, wenn ich einen sehe. Und es gibt nur einen, der eine Einladung von unserer Resistenz hat. Elementär, mein lieber Van Helsing. So. Du kamst, uns zu helfen, diese verrückten Wissenschaftler zu bekommen. Das ist die Idee. Aber ich möchte erst vorbereitet werden. Aha. Okay. Das fängt ja schon mal gut an. Na, das kann ja Eiter werden. So. Ähm, dem, 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 dem. Ich habe da gerade was mit Larises Tonks gehört. Das kommt mir doch sehr bekannt vor. Denn... Achso, hier und das rote Irrwisch. Das ist unter anderem hier auch Besiege Ignis Fatus. Also das ist auch ein Erfolg gewesen. Äh, das mit Larises Tonks. Ich glaube. Hohe Gewalt. Perfekt. Wir brauchen die Maschine. Äh, ja. Okay. Hältes Tages. Okay. 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 Na ja. Dann halt nicht. Ich dachte, da gibt es gleich so einen Erfolg. Irgendwie mit Larises Tonks. Aber na ja. Wenn es nicht so der Fall ist, dann ist es nicht der Fall. Beschuldigkeiten, Neuling. Nö. Ist es wirklich nicht. Okay. Na ja. Dann gehen wir mal weiter. Wir können auch nach... Ach du Scheiße. Jemand? Nein! Nein! Aha. ...viel, viel, viel... ...mach. ...mach. Aha. Also das Gebiet, das ist... ...gefällt mir auf alle Fälle schon... ...viel, viel, viel... ...mehr... ...als, äh, ja... ...das Dingens mit den ganzen, äh, Kackspinnen. Weil ich vor solchen komischen Kraftprotzen hier nicht wirklich Angst habe. Oder ekel. Aber... ...das mit diesen Bienen, das verwundert mich ein wenig. Finde ich mal nett. Sehr nett. So, das Tier alles, so scheint es mir, äh... ...mach. Das ist ein Nahkämpfer. Das ist ein Nahkämpfer. Die machen aber verdammt... ...viel... ...damage. ...die Viecher hier. Okay. Das ist zumindestens hier mal eine klirrende Angelegenheit, hier die ganzen Chemietanks kaputt zu machen. Bam. 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 Zack. Und zack. Und hier. Und da. Kriegst du auch noch eine. Hier nochmal ordentlich zwischen die Augen. Ey, wie viele Maschienteile es hier wohl geben mag? Da kommt er jetzt hier wieder mit so einem komischen Scheißtotem. Soll er sich in den Popo schieben? Ihh. Was ist denn das da? Der Koloss? Alter, scheiße Äh, und ja, ich weiß, dass wir noch Zu dem, äh, nach rechts auch noch Gehen können, oder konnten Oder da werden wir dann auch gleich noch Hingehen, äh, ja Vorerst werde ich hier noch mal die Ratenleichen kurz umkippen Jo, 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 jo Also solange wir hier Keine Spinnen raus, droppen ist ja alles in Ordnung Äh, äh Na, Körperessenz Also mit den Essenzen müssen wir unbedingt auch noch mal Arbeiten Einfach, dass Was wir alles mal gemacht haben, dass ich es euch gezeigt habe Und damit wir mal ein bisschen Stärker werden Oh ja Klonus Erlebnis Kraftbrotz Kraftbrotz Hast du Ach ja Äh, äh Äh Jo Dann müssen wir halt mal abwarten hier Bis er wieder ein bisschen rankommt Ihr kleinen Familie Da hinten So nicht Ihr könnt's ja probieren Aber Mir sitzt flink Okay Okay Ich schätze mal, dass es nach rechts nicht wirklich weiter geht Hier nach oben wahrscheinlich auch nicht Ich liebe diese Forst Walls Warum? Sie verhindern deinen ghostlichen Körper Sie machen eine Beste von meinem Haar Schau mal an! Und wir können das nicht haben Das Let's find another way Ha Naja Äh Ein Geist mit Frisurproblemen Also Äh Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen Ah Hier ist noch eine Truhe Das ist etwas falsch mit diesem Ort Kannst du es fühlen? BANG Ihr wollt mich nicht verarschen, ne? Oh, das war eine richtige Atem- Oh scheiße Eine richtig krasse Falle war das Ihr klein verkackten Ratten Ihr klein verkackten Ratten Kommt nur her Und ihr Munition her Kommt uns doch den Zug an Well done You walked straight into a mousetrap Imagine your father's face when he learns about this Ah, von hier kommen wir her? Okay Also wenn wir im nächsten Level haben Müssen wir unbedingt mal diesen Explosionsschutz äh Uns angucken Der interessiert mich jetzt doch brennend Oh 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 Den da hinten kennen wir ja So einen netten Herrn hatten wir ja schon remos Columbämän Abone Abone Abone